Fribourg-Gotteron bleibt zum dritten Mal in Serie ohne Punkt. Gegen den EHC-Biel tauchen die Friburger, trotz 2-0-Führung, noch mit 2-4. Der EHC-Biel festigt seinen zweiter Platz mit einem 4-2-Heimsieg gegen Fribourg-Gotteron. Mit seinem 3-2 in der 45. Minute macht Käpt'n Guy Tarnhas die Wende perfekt. Die beiden Teams am Röstigraben trafen erstmals seit Januar wieder aufeinander. Im September hatte die Partie wegen einer defekten Kühlanlage nicht gespielt werden können. Nun waren die Freiburger, im Gegensatz zur Niederlage am Samstag in Langnau, zu Beginn hellwach. Und führten nach dem ersten Drittel hochverdient 2-0. Ab dem zweiten Abschnitt drehten die Seeländer aber das Geschehen. Janik Rathgeb und Tone Rayala schafften den Ausgleich. Beim Schuss des Finnen aus spitzem Winkel sah auch der Gotterongo Ali Kornorchius nicht vorteilhaft aus. Er erhielt zuvor erstmals ein Natty-Aufgebot. Der EHC-Biel gewann zum fünften Mal in den letzten sechs Spielen. Während Fribourg aus den letzten drei Partien keinen Punkt holte. Der EHC-Biel gewann. Untertitelung des ZDF, 2020